Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott. Vor 750 Jahren wurde das Kloster Fürstenfeld gegründet. Ich bin ja überrascht, dass das heute nicht so groß aufgebaut ist. Toll, einen tollen Musiker haben wir auch noch da. Also auch im Namen der Brauerei möchte ich Sie herzlich begrüßen. Wie Sie vielleicht wissen, ist es in Bayern üblich, dass zu besonderen Anlässen wird ein besonderes Bier gebraucht. Wir haben lange bei uns in den Archiven gestöbert und wir haben ein Bier kreiert mit 13 Prozent Stammwürze. Das sind ungefähr 5,6 Prozent Volumenalkohol. Logischerweise der heimliche Star heute oder beziehungsweise für das ganze Jahr. Und die Rezeptur wird nach diesem Jahr dann auch wieder eingestampft. Wir haben heute noch ein wichtiges Ereignis, meine Lieferanten. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, freue mich sehr, dass alle gekommen sind. Darf mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Die Familie Peter zeigt heute Nachmittag die Verbundenheit mit regionalen Lieferanten. Ausgängeschild der Familie Peter ist nun mal, dass sie gesagt haben, wir arbeiten in der Region, für die Region, mit der Region. Betrifft Lebensmittel, betrifft auch die Brauereien. Sie sehen es an dem Umfeld, an die Leute ein bisschen. Es ist einfach ein Zulauf da und die Leute akzeptieren das auch und honorieren das auch. Der Lust hat zu mitglatschen und zu mitsingen. Ich bin herzlich eingeladen. Wer nicht mitsingt oder mitglatscht, zahlt der Musik eine Runde Schatz oder Schwuss bewirkt. Das ist ein Zulauf da. Das ist ein Zulauf da. Bis zum nächsten Mal.